Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück bei John, der hier in Blackwater im Hotel die Nacht verbracht hat. Er hat gebadet und hier ausgeschlafen. Es ist, wie gesagt, der nächste Morgen, relativ früh am Morgen. Hier wird trotzdem noch gespielt und wir nehmen jetzt erstmal ein schönes Frühstück zu uns, bevor es weitergeht. Bevor wir uns an das Tagwerk machen, denn wir wollen Ankelsrat folgen und hier in Blackwater jemanden besuchen, der offenbar irgendwie so Fertighäuser verkauft. Schauen wir mal. Aber erstmal, wie gesagt, Frühstück. Und ich denke, wie der Pfirsich aufläuft, scheint mir ein gutes Frühstück zu sein. Hervorragend. Die Morgensonne scheint herein. John mag es wohl sehr gerne, hier immer oben zu sitzen. Habe ich schon mal festgestellt. Also müssen wir wieder runter. Und uns dann natürlich erstmal um Rachel kümmern. Die braucht auch was zu futtern. Pokerspielen ist jetzt hier nichts für uns. So, alles klar. Rachel, hier bist du. Brav. Oh Gott, sie sieht völlig verstaubt aus. Aber ich würde mal sagen, erstmal füttern. Bevor wir uns darum kümmern. Und dann striegeln. Okay. Und da ist der Staub schon weg. Prima. Okay. Auf geht's. Dann schauen wir mal. Ich glaube, hier um die Ecke müssen wir hin. Da scheint irgendwie so ein, ich weiß nicht, ist das ein Händler, ist das ein Handwerker, ist das ein Architekt? Hier, ein Holzhändler, so wie es aussieht. Lumber. Oh ja, und hier stapeln sich ja schon die Bretter und Balken. Ein wahrscheinlich sehr modernes Konzept. Dann gucken wir mal, ob das was ist. Und ob wir das nötige Kleingeld haben dafür. Und hier. Excuse me, Sir. You work here? No, I just hang around here for fun. Haha, joking. I'm joking. Not gonna help you, friend. I know this sounds crazy. Some dumb old coot, I know, is telling me there's these houses you can buy pre-cut. Not crazy, friend. The very latest in modern convenience. Convenient and cost-efficient. Which house do you want? Hauskatalog, Leute. Each one is entirely unique, but also the same. Excuse me? Perhaps I'm going too fast, sir. Do you want to buy a house? I think so. I'll give you a luxurious, entirely unique pre-cut palace. And if you order today, I guarantee your home in a matter of weeks, maybe sooner. I'll take that one. Ah, yes, we have that one in stock. And I already got credit from the bank. Oh, fast. So geht das. Now, you write your name here, and you sign your name there, and you will be the proud owner of a factory built home. It's that easy. Pleasure to meet you, Mr. Martin. Albert Cakes, Esquire, at your service. You boys give me a minute. What are you doing here? Everything okay? I'm not sure. Probably. A fella came by the farm. Got attacked on the road. He said the Skinner brothers was hanging around. Lots of them. Left Uncle Arm to the teeth back at the ranch. Who are these two? Guns for hire. If they're Skinners about, we need them. We ain't got that kind of money, Charles. Do you want to get robbed for your house? No, but... Hey, these Skinners can be nasty. Come on. Mr. Devon, you're with me. Mr. Wayne, this is... Milton. Jim Milton. Sir, good to meet you. We're going to be heading up to the Manzanita Post. Why? The best smith around is that Norwegian fellow up there. Yeah, so they say. You boys ready? Yes, sir, we're ready. Good. Because you're about to get shot at over a goddamn hammer. You want to build a house with a sniper rifle then? I know old Neil's real well. I'll get you a good deal. Thank you, sir. All right then. Let's go buy us some tools. Okay, wow. Da geht's schon los. Mit unseren Brettern und beiden. Und den Handelsposten, da sind wir schon mal vorbeigerebt. Den wollten wir uns eh noch angucken. Da wollen wir also jetzt Werkzeug kaufen. Is your friend a Negro or a Redskin? I think a bit of both, for what it's worth. Cash is cash. That was all the same to me. I saw you getting skittish there, but don't you worry. We're not getting shot at. Oh yeah. I know Charles Smith. If he's got cause to be concerned, it's usually a good cause. You've got a shotgun messenger sitting right beside you, all right? Now suppose you don't know much about robbing caravans. Not much, I guess. No. Well, nor do I. But I know a thing or two about protecting them. And if a robber sees some strong men sitting up front, two of them guns behind, then they're gonna wait for the next set of fools to come on through. Unless they take the guns to mean they're carrying something valuable. Instead of pre-cut timber and some tools. What? No. Wait, look. Trust me on this. You are overthinking it. You hire a gun, you hire peace of mind and a deterrence. So I'll sit here looking big and scary. You can concentrate on the horses. All right. I'll do just that. Maybe I've done this kind of thing before. And maybe I can handle a weapon. But I'm not so different from you, partner. I think you might be. People wonder how you can handle it. Living by your gun. But it's the same as any other occupation, really. Hey, we're taking the next right up towards Benzanita Post. Hey, you're gonna continue? When I get home, I put my gun on the rack and it stays there. I mean it, it really stays there. I don't even think about it. My mind's on my wife and the little ones. I'm chopping wood, mending the rules. Oh man, Leute, was für eine Quatsch-Tante. But when I'm out here, I'm watching the tree line. I got my gun at the ready. And I'm trying to make my employer as comfortable as possible. That's, uh, real good of you. You're in good hands. I know this country well. Good. Am I finally gonna meet this toolmaker? Now, Niels, he's an acquired taste. But boy, can he work metal. Norwegian, you see? Viking blood. Fellas up there used to worship a god with a hammer. I guess they'll be making them. I'm not sure how much English he speaks, but Niels knows tools. And he knows me. So we'll see if we can get him to give you something. They won't be free. They won't even be cheap. But they'll be worth what you pay. This is the spot. Just up ahead. Okay. Na gut. You boys wait here. After you, Mr. Milton. Okay. Let's talk about Niels. All right, Charles. Like I said, Niels is an acquired taste. Let me do the talking. There he is, working away. Niels. Niels, it's me. Willard Wayne. Okay. Okay. This is my associate, Jim Milton. Okay. He heard you was the best. Best smith around. He needs some tools. He's building a ranch house up at Beatrice's Hope. Beatrice's Hope. Okay. Have you got any maid? Uh, okay. Like I said, an acquired taste, but a heart of gold, and he's the best. You're off someplace, Niels. Okay. So, Milton is, uh, working with Cakes, Hardwood, and Timber in town. Should I get them to pay you and add it to his bill up there? Okay. Come on. Let's get moving. Whew. Okay. All right, then. Beatrice's Hope. They've been trying to sell that property for some time, haven't they? Took a look at it myself, as it so happens. Seemed like a lot of work. Too much for me. But more power to you. Must have seen something in it I couldn't. World needs men like you. Uh-oh. Oh! 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 Von wegen hier Abschreckung. Okay. Oh! Oh! Verdammt! Oh-oh! Verdammt! Die kommen von allen Seiten. Leute, 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 Leute! Da ist noch einer. Der zieht den Hacker noch rüber. So nicht. Da haben wir noch einen. Okay. Oh mein Gott. So, warte, warte, warte. Auf den Bäumen sind die Leute. Na. Okay, haben wir sie? Lass wir nachladen. Komm, 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 komm. Oh, da sind noch mehr. Oh, 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 und zwar nahe dran. So nicht. Da sind die Nisten, Leute. Shit. Da kommen wirklich immer mehr. Das ist echt die beste Waffe für diese Aufgabe. Und wo ist unser Werkzeugkasten? Ah, da würde ich eigentlich nicht so gerne reingehen, aber klar. Ist doch schon wieder eine Falle, oder? Ei, verdammt. Scheiße. Was sind das für Freaks, Leute? Ah, ich bei mich. Ich glaube, Andy. Gott, wo ist der verdammte Wagen? Der oben. Scheiße, komm. Der andere Typ ist hoffentlich noch da. So, unser Zeug hier. Okay, nehmen wir den ersten Wagen? Ja. Ja. So, dann los. Charles, kommst du klar? Come on. We gotta go. Shit. Those goddamn animals. Okay. John, ich bin los. John, ich bin los. Easy now. John wollte mit mir. Oh nein. Charles. Wie kann ich jetzt zurück zu ihm? Charles, 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 komm rauf. Er geht ja ganz gemütlich. Ich dachte, er steigt da hinten mit auf. Charles, komm. Ich kann natürlich jetzt auch wenden. Okay, jetzt... Jetzt hat er uns gesehen. Na los. Auf geht's. Get us back to Beaches. Those were the Skinner brothers? I told you I was worried. Sadie said something, too. What kind of land have I bought? It's not the land. Skinners move around. They're here for now. I thought this... This kind of bloodshed was meant to be over with. What was all the nonsense about civilization? This kind of bloodshed... It's different. Folks have been killed, sure. Good reason and bad. But rarely just for the fun of it. That was fun for them? No. Not that time. Most folk don't usually put up with such a fight. And I hope we put an end, too. There was a caravan. A few months back... Massacred. Men, women, children. Ended up like Wayne. Or worse. Uncle! 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 You useless sack of crap. I was keeping guard. Really? Whoa. What happened? Skinner brothers. Bottom? Enough. Once this is done, I'll take Mr. Devin back to town and get poor Mr. Wayne buried. Okay. Be careful. I will. But I'm fairly sure we've scared them off for now. Bad business. Well, we'll be safe together. Sure. If you say so. And John, I love you. Don't you forget that. Okay. Ah, ich sehe, sehe ich das richtig? Wir haben nochmal einen neuen Kredit erhalten. Für das Haus jetzt. Interessant. Okay. Damit ist der Teil erledigt. Wir haben immerhin jetzt das Holz. Wie sieht es eigentlich aus hier? Da ist so eine Art Baustelle jetzt. Ein Ankel scheint sich da zu betätigen als irgendwas. Ich weiß nicht. Ah, der scheint die Aufbaupläne zu checken. Jetzt ist die Frage, machen wir das? Ich bin ja auch, würde ja auch gerne, Evelyn Miller. Besuchen, aber es liegt irgendwie jetzt einfach zu nahe hier mit dem Beginn des Hausbaus hier zu starten. Kommt, wir quatschen mal Ankel an. Die Pläne machen Sinn? Oh, sicher. Es ist einfach, glaube ich. Wie schwer kann es sein? Aber ich sage dir, was ich denke, nur um sicher zu sein. Ich mache das Bildung und Pläne, und du mache das Bildung. Wie kann ich wissen, dass du versuchst, dass du weaselst, wenn du etwas tun hast? Oh, das ist einfach nicht fair. Es ist nicht wahr, und nicht was wird passieren. Ich werde einfach nutzen, was ich habe, das ist ein Gehirn. Oder du benutzt, was du hast, das ist ein Gehirn. Ja, wir beginnen. Na, das ist die Grund, das heißt, die Grunde. Das bedeutet, dass man die Hütte schwer zu machen. Das ist nicht ein Job für ein Mann mit Terminal Lumbago, wenn du willst, wenn du eine 6-Foot-diepe hole für mich, wenn die Arbeit ist vorbei. Keine Hütte mich. Oh, hier kommt Charles. Vielleicht kann er die Hütte ein wenigstens. Wie geht es dir? Er wird zurück, aber nicht für ein paar Jahre. Charles, der Mann, John braucht Hilfe. Ich mache diese Hütte. Jetzt komm mal! Geh' einen Weg! Wir müssen beginnen, bevor die Räume kommen! Du bist sehr wunderschön. Er ist richtig. Wir sollten mit dem gehen. Sag mal, ist das ein Ziegelfundament? Seh' ich gerade. Okay. Lass uns bauen erst mal. Okay. 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 YouTubers� Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. We're together. Oh, oh, oh. Oh. Oh, oh, 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 oh. Und ich denke, das ist alles. John Marston, du hast ein Haus. So ist es. Oh, ich weiß. Und du, Charles, als du mit uns bleiben kannst. Danke. Gentlemen, to this happy home. At least till this fool gets his woman back. My darling Abigail, I hope you and Jack are doing well. I remain a fool, and I'm sure I shall die a fool. But I'm trying very hard to be something like the man you deserve. I have done something very silly in an effort to impress you. And that is, I've purchased a home. The land you read about in the newspaper up at Beecher's Hope is now ours and we are going to try our hand at ranching. Mr. Geddes kindly helped me buy the land. I met Uncle while I was coming out of the bank and while I know your feelings about him, he has been enormously helpful in his own fashion. Charles Smith has also appeared and is unsurprisingly a pillar of strength. Together, we've built you a home. I hope soon to show it to you. I miss you and the boy more than I can express. Please come back to me. Yours always John. Wenige Tage später. Okay, liebe Leute. Und da ist es tatsächlich. Vermutlich nach einigen Wochen Arbeit steht dieses prächtige Haus jetzt. Und das ist Johns neues, neue Heimat. Und ich hoffe auch Abigails und Jacks und vermutlich auch Uncles. Wir werden uns das Haus natürlich erst einmal anschauen und dann auf Abigails Rückkehr warten. So machen wir das. Und zwar beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Euer Steinbein.